meine leute was geht und damit herzlich willkommen zu einer folge von minecraft ja in der letzten folge sind wir schon übelst unnötig also ich könnte mich gerade selber dafür in arsch treten das war wirklich unnötig also die tote sind immer unnötig aber der besonders unnötig da habe ich einfach an die nachgedacht da habe ich die situation kann einfach nicht so richtig eingeschätzt na gut kann man nichts machen ja ich würde sagen dass wir mal das feld zu ende anpflanzen und dann mal ein bisschen mit dem weizen vielleicht hinkommen wer vielleicht mal von vorteil so kraft mal ganz kurz brot daraus und dann müssen wir wieder was haben hoffentlich also wir sind so viel brot dafür halt wieder ein bisschen leben können davon so machen wir mal so und so so 33 brot damit kann ich erst mal leben dann werden wir wohl im laufe der zeit wieder die 30 level neu fahren müssen haben wir die level umsonst geformt ok man da so nötig musste das sein ich wollte eigentlich die ganze staffel so richtig schön ohne durchmachen aber das sollte nicht sein und die achse bricht wahrscheinlich gleich ich brauche jetzt mal kurz 1 2 3 ein dach wir bauen das dach 1 2 3 ja das haben wir irgendwann schon mal gemacht und zwar bei unserem anderen haus ist schon ein paar wochen her so 1 2 3 warte so nur das haus ist ja glücklicherweise nicht so groß und hier geht das ganze dann dafür ein bisschen schneller 1 2 3 denn hier noch mhm gut dann machen wir gleich wieder ein schönes koppeldach darauf und dann ja so zack 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 und so 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 die dachetage möchte ich zwar eigentlich nicht nutzen aber wir machen's Ich sag mal, vielleicht nutzen wir den dann doch mal. Oh, hat die Dachachs sogar ausgehalten oder sowas. Jetzt geht es aber kaputt. Nein, noch nicht. Na, sowas aber auch. Die Axt will, dass ich staune, oder wie? Wird schon wieder Nacht, es wird schon wieder Nacht. Okay, dann werden wir wahrscheinlich gleich wieder Level farmen. Weil ich brauche unbedingt eine Neu-Axt und ja. Ich kann natürlich auch im Nether durch Quartz Level farmen. Mal auf Level 30, aber... Warum so, wenn es auch spaßiger geht. So. Jetzt ist die Axt kaputt. Ja, geil. Mobs gibt mal ein Level, ja. Oder? Die Dachs will ich ja nur dafür jetzt... Ja, ungern verschwenden schon. Ich mach mir mal kurz noch mal eine Eisen-Axt, so lange. Ich hab jetzt irgendwie gerade die Nase voll, so ein bisschen vom Mops. Ja. Ist halt so. Gut. Ähm. Äh. Eisen-Axt wollte ich machen, genau. So. 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 Damit ich wieder was habe. Ne, das ist unser Bogen. Oh, da wurde auch ganz schön mit Leidenschaft gezogen. Kriegt die vielleicht irgendwie zusammen kombiniert, die beiden Bögen? Ist das möglich? Hier 7 Level. 17 Level, dann nehme ich den für 7 Level, ja. Da muss ich noch einmal. Unbreaking 1. Und da ist der Amboss kaputt, ne. Sowas aber auch. Lol. Da muss ich mal ganz kurz ein bisschen Eisen für nöstieren. So. Was machen wir auf? Das kostet Eisenblöcke. 1, 2, 3. Die man, glaube ich, unschwer erkennen kann. So. Da haben wir einen neuen. Das hat jetzt Eisen gekostet. Gut. Hm. Wollte mal noch ein paar Fackeln. Kann ich auch nochmal schnell machen. Äh. Wird hier noch Fackeln? Nein. Dann nehme ich Kohle. Und so, so. Und so und so. Dann haben wir wieder 52. So. Dann leuchte ich das Ding mal aus. Zack. Zack. Äh. So. Und so. Und so. Muss ich mal ganz kurz gucken. Hier haben wir Licht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hier kann noch eine Fackel hin. Wahrscheinlich. Hier drüben noch. Guck mal. Da noch eine Fackel. Hier ist noch so ein dunkler Fleck. Da ist noch ein dunkler Fleck. Hier ist noch ein dunkler Fleck. Und dann müsste das eigentlich ausgeleuchtet sein. Jetzt machen wir ganz kurz was. Dann hauen wir das Fenster rein. So. Und so. Da gab es noch ein Zombie. Ja. Ich bin sauer. Seit ich gestorben bin. Boah. Wie schnell die ersten Level noch so gehen. Schön, wenn es mit Level 30 auch so geht. Ähm. Ja. Ich bräuchte mal eine XP-Farm oder sowas. Ich denke, ich weiß schon, was ich da bauen werde. Eine extrem ultra extrem XP-Farm. Also extrem ultra extrem. Ja. Ich habe die nicht. Also die nenne ich nicht ohne Grund zu. Die ist extrem ultra extrem. Okay. Dann brauchen wir noch ein Dach. Darum kümmere ich mich jetzt. Also mal jetzt. Ähm. Da brauchen wir wieder Treppen. Und zwar Steintreppen am besten. Ähm. Ja. Cobblestone haben wir jetzt ein bisschen was. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ähm. Ja. Das machen wir erstmal. Und ich habe Caps schon wieder an. Sowas aber auch. Ähm. Ja. Und dann müssen wir erstmal drauf kommen. Ein bisschen Erde. Und dann würde ich sagen. Bauen wir das Dach. Dann haben wir ein Skelett. Das hole ich mir mal ganz kurz. Aber aus sicherer Entfernung. So. Öh. Okay. Würde ich mal sagen. Machen wir mal unser Dach. So. So. Okay. Und. So. Aua. So. so dann wieder hoch und dann machen wir die nächste layer so 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 nicht aber so 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 und so nächste näher jetzt benutzt man den ganzen korridor nicht in der 1 stunde timelapse in klammer 6 minuten wohl zusammengefarmt habe ja ich hasse dich eisengolem so hier noch ja dächer bauen ist anstrengend so ist das halt bilder bilder ok wieder eine reihe geschafft dann machen wir jetzt so so schon der vierte stack nicht erst ich dachte schon so und so dann das hier noch ok so jetzt müssen wir noch zwei layers und dann haben wir für diese seite schon da müssen wir es auf der anderen seite noch mal machen so und ein noch oder warte mal oder ist das schon bitte warte mal erstmal ganz kurz den bullshit hier weg machen und den bullshit hier weg machen wir noch da da die ein müsste ich noch egal machen wir erst mal hier weiter so ich glaube ich noch ein stack jo warte sehr schlau war das hier wieder och man man zwar baue ich mich hier wie nur gerade so 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 das kann ich ja mal ein bisschen schneller platzieren so dann die layer ich möchte hier übrigens in dieser stadt alle häuser aus diesem stil so bauen weil ich kann es halt einfach deswegen baue ich das schon wieder so wie da hinten was man gerade nicht sieht weil ich hier auf sehr klein gestellt habe also jetzt sieht man es es ist ja ähnlich gebaut so mal ganz kurz was essen hier wieder so kann ich nochmal ein stack machen wäre schön wenn sieht schlecht aus habe ich nochmal 25 treppen äh 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 zwar baue ich den ganzen stein hier schon wieder bei der wie ich hoffe das reicht das müssen wir gleich noch copies noch haben das wäre böse äh ja so mal ein bisschen Kacke einsammeln dann hier Kacke setzen dann so und so Und hier Treppen hin machen. Dupi duppi du. So. Mal kurz auf die Zeit gucken. 19 Minuten. Eine Minute haben wir noch. Die können wir auch noch nutzen. Und falsch gesetzt. Geil. Würde ich mal sagen. So. Ja. Wenn man mit dem Mausrad auf den Block klickt, klickt man das ab der 1.9 ins Inventar. Vorher ging das nur um Creative Mode. Jetzt geht das auch um Survival Mode. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Ja. Hm. So. Die Leer machen wir in dieser Folge noch. Und dann geht's nächste Folge weiter. So. 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 Und so. Okay. Dann würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. 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 Tschüssi.